Hallo, kennt ihr schon das neue Starterpaket? Perfekte Ausführung mit der Clara. Elegant und tödlich. Es gibt ja zu jeder Season ein Starterpaket. Das ist dieses hier, ist jetzt zur Season 2 mit ihrer Lego-Variante. Ich finde die, ja, sieht gut aus, haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Und der Rucksack, den finde ich ganz klasse. So theatermäßig da so eine Maske, ne, ist eine richtige Künstlerin. Allerdings eine tödliche, darf man nicht vergessen, wie man gerade sieht, ne. Klar gibt's nochmal 600 V-Bucks, braucht man immer für den alten Shop, falls da mal was Gutes reinkommt, hat man das. Wenn ihr wissen wollt, wie sich das anfühlt, wie die aussieht, klar, Draufsicht von hinten, ne, habe ich ein bisschen Gameplay angepackt hinten ans Video. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim zu gucken und bis demnächst. Ciao. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH-4 Was ist das? 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 Was ist das?